Herzlich Willkommen beim nettesten Mahnungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um Aline Bachmann. Und sie scheint wirklich eine Dauerkarte beim Anwalt zu haben oder bei der Polizei eine Flatrate. Es hagelt Anzeigen bei ihr und es ist jetzt soweit, dass es einen weiteren Gerichtstermin gibt. Denn die Sache mit Kette Bunte und dem ganzen Freundeskreis ist jetzt die Woche vor Gericht. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was auch Aline Bachmann bei TikTok und Co. so erzählt hat. Und ich wollte euch ein Video zeigen, denn sie ist verzweifelt auf der Suche gewesen nach einem Video. Sie hat auch einfach mal meine Videos durchgucken können. Da hätte sie es wahrscheinlich auch gefunden, aber im Prinzip geht es um ein Video, wo sie gefilmt wurde. Was ich natürlich jetzt sicherheitshalber auch lieber auf Privat gestellt habe, damit ich nicht Post bekomme. Wo sie gefilmt wurde, wo sie bei der guten Kette Bunte persönlich vor Ort war und mit Laptop und Adidas Anzug die Unterlassungsklage ihr persönlich überreichen wollte. Und das war natürlich absolut drüber und auch komisch. Aber sie war auf der Suche nach diesem Video, denn alle hatten das Video bereits gelöscht oder privat gestellt, weil das natürlich nicht so ganz rechtens war, sie dort gegen ihren Willen zu filmen. Ja, das hätte man natürlich auch wissen können, aber trotzdem kann ich auch verstehen, dass man da natürlich in dem Moment geschockt ist. Es war auch, ich habe den Livestream gesehen, ein Livestream, der da lief und das war jetzt nicht so, dass das jetzt alles geplant wurde, dass das da jetzt mitgefilmt wurde, sondern es war einfach ein Livestream gerade am Laufen und sie hat die Kamera mitgenommen. Zumindest habe ich das noch so in Erinnerung und kann man jetzt schrecklich finden. Ich fand es allerdings eher merkwürdig, sie jetzt persönlich zu Hause zu belästigen. Also da könnte man auch sagen, okay, das geht mir jetzt zu weit, ich fühle mich jetzt hier belästigt. Das könnte man natürlich auch anzeigen. Zumindest empfinde ich das so. Aber nun gut, ich werde das Video jetzt parallel erstmal auf Privatstellen aus Sicherheitsgründen, aber ich habe es im Archiv. Das ist ja auch ganz gut und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie jetzt noch an Abmahnungen rausschickt. Die nächsten Wochen und Monate, das ist ja wirklich unfassbar. Ich zweifle auch langsam daran, ob das so ganz normal ist. Ich finde das jetzt nicht so korrekt, jetzt sämtliche Leute, die einen nicht passen, abzumahnen, aber das scheint momentan irgendwie in Mode gekommen zu sein. Und ich zeige euch jetzt mal das verzweifelte Video von der guten Aline Bachmann, wo sie auch darüber spricht, was so Phase ist gerade und wie es jetzt weitergeht. Und sie hat am Ende auch das Video bekommen, also seid beruhigt. Es haben genug Leute auf dem Rechner und was daran jetzt so schlimm ist, sie bei der Aktion gefilmt zu haben, weiß ich jetzt auch nicht, denn andersrum könnte man das, wie gesagt, glaube ich, auch anzeigen. Aber nun gut, wir werden ja sehen, was beim Gericht dann rauskommt. Sie wird uns ja wahrscheinlich auf dem Laufenden halten, aber seht jetzt erstmal selbst, was sie dort so im Livestream erzählt hat. So, meine Lieben, ich habe eine ganz, ganz wichtige, 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 wichtige Frage. Mir geht es in Umständen entsprechend gut. Trotzdem habe ich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich habe die Nacht fast gar nicht geschlafen. Ich habe morgen 9 Uhr einen wichtigen Gerichtstermin. Und da ja Saskia Fischer, Dennis, Marco, wer gehört noch zu dem Trott? Keine Ahnung. Es geht darum, wo ich damals da dieser Katja Schnabel versucht habe, die Unterlassensklage vorbeizubringen, wurde ich ja gefilmt von Katja Schnabel. Ich kann auch gerne den Filter wegmachen, wenn sich hier wieder viele über den Filter aufregen. So, ohne Filter geht es nämlich auch. Ich bin auch ohne Filter schön. Gibt es irgendjemanden da draußen? Die ganzen Videos wurden jetzt von den ganzen Parteien gelöscht. Ja, eine Saskia Fischer hat alle Videos gelöscht. Eine Katja Schnabel hat alle Videos gelöscht. Wir haben viele Beweise, aber ich brauche für den morgigen Gerichtstermin unbedingt, 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 das Video, wo die mich gefilmt haben, wo ich mit der Unterlassungsklage bei ihrem Haus stand. Hat irgendjemand das Video? Ich brauche das Video, wo Katja Schnabel einfach gemacht hat. Ich wurde von allen vier Parteien gefilmt, von Dennis, Marc, Saskia Fischer und Katja Schnabel. Und alle haben auf Instagram das Video gelöscht. Gibt es doch überall im Internet, oder? Ich habe es nirgendwo gefunden. Alle Parteien haben es gelöscht und ich brauche es morgen für den Gerichtstermin. Ich habe morgen 21, 9 Uhr den Gerichtstermin. Sonst keine Beweise. Natürlich habe ich Beweise. Guck mal, also wenn es um Beweise geht, habe ich natürlich von der Katja Schnabel hier ganz, ganz viel auf meinem Laptop. Aber das, was uns morgen für den Gerichtstermin hier, sind alles Beweise. Übers Leben, Mobbing, zu fett. Aline Bachmann stinkt untenrum. Hier, wo sie mit Minzi Eisel. Wir haben alle Beweise da. Auch alles schriftlich niedergelegen. Wann sie, wie, wo, was gemacht hat. Liegt alles vor. Für den Richter. Wir haben auch die Unterlassungsklage hier, über die sich so viele lustig gemacht haben. Es liegt alles vor. Ich brauche aber für morgen, für den Gerichtstermin, das Video, wo ich heimlich einfach gefilmt worden bin. Wenn irgendjemand das Video hat, bitte, bitte schickt es mir. Ich brauche es morgen 9 Uhr. Warum bist du heute so angepisst? Ich bin heute ein bisschen angepisst, weil ich gestern einfach mal eine Morddrohung bekommen habe. Ja, dass mich irgendjemand abstechen will. Und ich einfach derzeit so viele Gerichtstermine habe, wegen bestimmten Personen. Und zurzeit habe ich einfach echt viel an Bord. Beleidigungen sind aber übertrieben direkt zur Polizei gegangen. So, ich sage jetzt nochmal zum Fall Katja Schnabel. Mit dieser Person war ich befreundet. Diese Person hat über mein Sexualleben geredet. Diese Person hat mehrere Monate über mich in Livestreams geredet. Diese Person hat bei Minzi Eise vor 12.000 Menschen über mich schlecht geredet, Lügen verbreitet, Rufmord betätigt. Und dann ist es mein gutes Recht, zu sagen, dass ich eine Unterlassungsklage einfordere. Nur dumm von der Katja Schnabel oder Katja Schulz oder wie sie heißt, hat sie jedes Mal bei der Postdame die Unterlassungsklage abgelehnt und nicht entgegengenommen und hat gesagt, hier, liebe Postdame, nehmen Sie das Schreiben wieder mit. Wir konnten das Schreiben nicht zustellen. Jetzt das Ganze natürlich zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgt worden. Sie wurde angezeigt von der Polizei und meine Anwältin ist dran. Aber ich brauche unbedingt dieses Video. Ich brauche dieses Video, wo sich alle drüber lustig gemacht haben, dass ich mit dem Laptop bei ihr im Haus stehe und ihr die Unterlassungsklage vorbeibringen will. Und warum habe ich diese Unterlassungsklage mit dem Laptop vorbeigebracht? Weil sie jedes Mal die Unterlassungsklage postialisch ablehnt. Und jetzt, wo es hart auf hart kommt, wo es morgen wirklich ums Ganze geht, brauche ich jetzt von irgendjemandem bitte das Video. Schickt es mir per Nachricht. Ich brauche das Video, wo Katja mich ohne Einverständnis einfach gefilmt hat. Ich weiß nicht, wer es von den Vieren war, aber ich wurde einfach gefilmt, als ich bei ihr vor der Haustüre stand. Und das ist strafrechtlich zu verfolgen. Das ist nicht in Ordnung. Und es wurde veröffentlicht. Also, wenn irgendjemand dieses Video hat, schickt es mir bitte per Nachricht oder per E-Mail. offiziell alinebachmann.web.de Ich brauche es, es muss morgen mit vorgelegt werden. Ich habe das Video, dann schick es mir. Dankeschön. In dem Ausschnitt war natürlich auch davon die Rede, dass sie eine Morddrohung bekommen hat, kürzlich. Und sowas ist natürlich das Allerletzte. Sollte das wirklich der Wahrheit entsprechen, was man natürlich bei ihr mal in ein Fragezeichen setzen muss, dann würde ich das natürlich hier auch absolut eklig finden. Und bitte euch, sowas nicht zu machen. Auch irgendwelche Hate-Nachrichten müssen nicht sein. Verfolgt sie gerne, schaut meine Videos, schreibt in die Kommentare eure Meinung. Aber ich glaube, da verstehen wir uns, dass sowas dann halt wirklich zu weit geht. Sollte das wirklich so passiert sein, wenn man muss bei ihr mal alles in ein Fragezeichen, leider Gottes, setzen. Ansonsten finde ich es halt wirklich schon beachtlich, wie viele Polizeibesuche, Anwaltsbesuche und Co. sie in der Regel schon so durchgezogen hat. Auch mir wurde das schon angedroht. Ich bin gut rechtsschutzversichert, aber ich verstehe nicht, was soll die Scheiße, wozu. Man kann ja auch sachlich mal miteinander in Austausch kommen. Und wenn sie Blödsinn baut, dann ist das auch vollkommen richtig, dass man es kritisieren darf, wenn sie alles öffentlich teilt. Ist das in der Öffentlichkeit, das Internet vergisst nun mal nicht. Und sie hat nun mal auch sehr viele Kritiker zurecht angehauft, weil sie sehr viel Blödsinn gemacht hat. Das ist jetzt kein Rufmord, ihr Kritik zu äußern. Allerdings gab es natürlich auch so Punkte, die sie dort angesprochen hat, wenn man jetzt sehr privat wird und sexuelle reingeht, also wie ihr Sexualleben ist. Da gehe ich sogar mit ihr mit, dass man da sagen muss, ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein. Man muss auch nicht beleidigend werden und Co. Allerdings ist sie auch kein Kind von Traurigkeit. Das weiß ich auch intern, dass sie da verschiedenste Dinge natürlich auch den Leuten selber auch schon geschrieben hat. Es gab ja auch Livestreams mit den Leuten. Also ob das jetzt so ganz normal dann am Ende ist, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Ansonsten bleibe ich natürlich an dem ganzen Thema dran. Ihr könnt mich natürlich auch immer über Instagram und Twitter erreichen und mir dort Sachen schicken. Da bin ich am aktivsten. Und ich bin immer sehr dankbar dafür, dass ihr mir dort auch Sachen schickt, auch gerade zu Aline Bachmann. Und dann schaue ich natürlich die nächsten Wochen, ob ich da natürlich weiterhin auch dran bleibe und halt auch Videos dazu abliefe für euch. Denn ich glaube, das wird nicht so schnell aufhören. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Gerichtsverhandlung und nicht die letzte Anzeige sein. Zumindest vermute ich das. Ich würde ihr raten, wenn sie da keine Flatrate beim Anwalt hat, vielleicht ein bisschen kürzer zu treten und zu sagen, okay, das muss doch jetzt nicht sein. Also es kostet ja auch nur unnötig Geld. Also so ein Anwalt kostet auch ganz gerne mal 1.000, 1.200 Euro oder ein paar hundert Euro für so eine Abmahnung. Ich weiß das ja selber. Und von daher ziemlich unnötige Ausgaben, wie ich finde. Aber nun gut, das soll es dann zum heutigen Video schon gewesen sein. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.